Noch einer, noch einer da hinten links. Ja, Hates, Unterschild, Unterschild. Ist K.O., tot. Digga, wie wir die alle hier wegficken, let's go. Das Team ist tot. Was los ihr, Alter? Boah, meine Fütze stinken schon, ey. Ich muss gleich mal dringend... Ich hab auch eben keinen abgelassen, Alter. Nein, hat gut gebrochen. Ja, war echt so... Nee, der war so fleuchig, sneaky-peaky und dann haut er rein, Alter, weißt du? So ein bisschen ne Ei? Ja, ja, genau. Die sind eh die leckersten, ey. Genau. Aber nur, wenn sie von einem selbst kommen. Ey, den wollte ich grad holen, Alter. Masala, Masala! Ich wollte dann noch mal kurz gucken, was ich für ne Waffe hab, Alter. Ja, mit der Pistel, oooh. Oh, Russen, Alter. Wenn wir gegen den gewinnen, sagt er das dem Putin. Der macht der richtige Warzone hier draußen, ey. Yeah. Der zündet zwei, drei Nukes und schon sind alle weg, ey. Nukes? Nukes. Nicht Nukes. Wärts, da müsste ein Schlafzimmer eben nicht zu laut filmen, weil das ist so laut. Deshalb rede ich so laut. So, wo gehen wir raus? Oh, Prison Breaker, ja. Ja, okay. Liegt das Ding ja richtig drauf zu? Na ja. Ja, jetzt springt alle raus. Wir holen euch später, ey. Ja, bist du bei, ey, ey. Ey, das sieht auch schon krass aus, wenn du nach hinten guckst, wie die sich da so mit dem, mit der Leuchtspur verteilen, ey. Wieso habe ich jetzt keine Entfernungsanzeige auf dem? Einer ist jetzt schon tot? Ja, mein. Okay, ich spring raus. Fahla, wassalah. Musst du auf die Zone da aufpassen, da ist gleich Ende, älte. Ah, darf man da nicht drüber? Wir sind gestorben hier beim Fliegen, Alter. Darf man da nicht drüber? Ich werde schon beschossen. Ja, moin. Ja, von unten, scheiße. Ich gehe unten rein, glaube ich, ey. Ich würde es nicht. Ich werde schon wieder beschossen. Haben wir die Wicht bei uns? Ja, einer ist genau hinter Nerdarks. Ist unter Nerdarks. Oh ja, ich sehe ihn. Ja, der geht viel tiefer runter. Der ist am Hafen. Ja, der verfolgt... Kevin, der verfolgt dich jetzt. Ist das genau hinter dir? Ja. Ich gehe auf die Burg oben. Ich gehe auf die Burg oben. Nein! Der ist... Oh Mann! Ach, wieso ist jetzt hier oben keine Kiste, ey. Oh Schallah, ey. Das primäre Ziel lautet, alle Ziele zu eliminieren. Ja, wo? Der ist hier gelandet. Das ist der Huso, Alter. Ich habe einen Sniper gefunden. Einen Wächter. Alles mitnehmen, was ein Sniper ist, ey. Nur eine Revolver, eine goldene, die auch noch nicht sind. Ja, der ist da, die nehmen wir mal mit, ey. Hauptsache, uns klaut es diesmal keiner wieder den Heli, ey. Nein. Aber ich finde hier keine Waffen. Das war wieder hin. Äh, hier ist eine M13. Ich habe eine Scar, aber sonst fliegt's. Dann nehme ich die. Ich habe geschossen. Äh... Oh, dann haben wir einen hier. Einen Dragunov, ey. Einen Halbgott. Her damit. Hier ist noch eine M13. Hier ist Totenstille. Hier, falls du was brauchst. Totenstille, wenn jemand will. Ja, ich merk's mir. Nicht die gleiche. Lass der Bello sich nicht holen. Oh Mann, ey. Was ist denn hier mal mit? Ein bisschen Cash, ey. Damit wir direkt einen Abwurf holen können, ey. Eigentlich reicht das hier, wenn einer den holt. Ich habe schon 6000, ey. Ich habe auch 5,6, ey. Dann müssen wir eigentlich gar nicht looten, ey. Dann lass den Heli nehmen, ey. Und lass uns direkt die Dings holen, ey. So eine Kiste und fertig, Alter. Dann holen wir unsere eigenen Scheiß. Ist hier nicht so ein Shop-Ding? Naja, diesmal nicht. Das ist eigentlich die beste Metro. Warte kurz, warte kurz. Komm, Gigi. Ich weiß drauf, wir hören uns reichen. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. In drin. Ich würde sagen, darf er. Ja, da ist gut. Da fällt einer runter. Ich land mal auf dem Dach. Ich land mal auf dem Dach. Da fällt deine Ausrüstungslieferung. Ja, die Ausrüstungslieferung musst du mit C rufen, ey. Uhuhuhu. Was nehmt ihr mit? Nehmt ihr Sniper und so mit? Ja. Ich habe Sniper und M4 wieder. Gut, ich habe M4 und Dägel. Und halt mein Sunny Pack. Und Abschlussserien Pack. Nur Munition suchen, ey. Äh, warte, dann können wir doch noch Dings kaufen. Munitionskiste oder nicht? Gibt's auch hier, oder? Ach, die kostet... Aha, guck mal, siehst du, ist Rabatt hier. Ich habe jetzt Rabatt hier. Munitionskiste würde nur 3.800 kosten für mich. Okay, bei 5.000 geht das nicht schlecht, ne? Ja, ähm, guck mal, dann droppt doch einer und äh... Wir holen Munitionskiste, oder? Ja, Greg Geld droppen, hier. Ja. Was du brauchst, ne? Hier, catch man, ne? Das reicht schon. Äh, Munitionskiste. Pass auf, vor uns ein Auto? Äh, hier ist Munition. Hier ist Munitionskiste. Perfekt, alter, direkt voll gelootet. 5,4, ja, dann können wir direkt rein in die Zone, alter. Äh, dann sagt mir nicht Drohne machen, so, ey. Ey, das ist doch Hammer. Ich hab auch Drohne. Ich hab auch Drohne. Gekauft. Warum quasi nix mehr einsammeln jetzt, alter? Ne? Die Taktik ist doch viel besser, alter. Ja. Da müssten die aber ein bisschen reduzieren, finde ich. Ich mein, ich find das jetzt geil, wenn man das hat, ey. Aber das kriegt man zu schnell, finde ich, ne? Ja, find ich auch, das macht Looten voll. Wir spielen hier kein DC, wir spielen hier Warzone, Leute. Hier geht's nicht so blut, ey. Wie schnell wir jetzt, wie schnell wir jetzt unsere Waffen haben, ey. Hier ist noch ein bisschen Cola, hier ist C4. Ich mach's mal, ey. Ich mach's mal, ey. Ich mach's mal ne Drohne für Safety, Alter. Direkt irgendwo aufs Dach. Oh, vor uns, vor uns, vor uns. Lass mal hier oben, lass mal hier oben aufs Dach. Ich geh. Genau auf der Straße, hier genau auf der Straße, hier vor uns. Vor uns, vor uns. Ich geh mal hoch. Falls es hier nen Weg hoch gibt. Hier wird gelootet. Die sind hinter der Mauer, die sind hinter der Mauer. Komm, wir holen uns die. Ich bin da. Pass auf Hubschrauber über uns. Hier gibt's keinen Weg nach oben. Pass auf Hubschrauber auf dem Dach. Die rennen gerade weg, die rennen weg hier. Der Heddy kriegt unendlich viele Hits, ey. Ich würd sagen, ein bisschen weiter rein in den Zogen. Nein, ich bin zu. Heddy schützt ab. Hab den, hab den auf dem Dach. Du musst aufstehen. Hab noch einen, hab noch einen, hab noch einen. Zwei sind gedauert, ich push, lass pushen. Zwei sind down. Wo, 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 wo? Da hinten, da hinten. Der letzte hat, komm chillen. Ja, hat noch Hits. Kann chillen, lass den Inseln pushen, Alter. Komm, 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 komm. Der kriegt der jetzt wieder dafür, dass er nicht gelaunt hat, Alter. Lass seine Mates nicht wiederbeleben. Seid ihr hinter mir? Ja. Er wiederbelebt, er wiederbelebt. Okay, hab alle. Nice. Alter. Wo waren die, hier oben? Bruder. Mashallah, Alter. Mashallah, Alter. Wieder full life, komm weiter rein in die Zone, Alter. Da ist, war eine Gasmaske. Die hab ich genommen. Ich würd sagen, wir machen uns auf den Weg Richtung Airport, Alter. Bin dahin unterwegs. Ja, Digga, ich kann euch auf jeden Fall sagen, Headshot mit Sniper ist instant tot. Egal, ob der Schild hat oder nicht, ja. Hab ich grad zwei so weggeholt, ja. Sollen wir Richtung Airport, eh, und uns schon mal einen geilen Platz suchen, eh? Wir könnten wieder auf die Brücke gehen, Alter. Wie anders denn? Wie geht's denn hier raus, ey? Machen wir uns auf den Weg, eh, raus. Vorne ist einer, vor uns. Ist down, einer ist down da vorne. Hier rechts aufs Straße, hinter dem Dings. Ja, da. Hat Hits. Noch mehr Hits. Eine Krüstung ist kaputt. Kein Schild mehr. Komm, pushen. Dahinter ist immer noch einer down. Ja, ja. Scheiß auf den. Da kommt einer mit Fallschirm runter von oben. Ja. Hat nen Hit. Der oben mit Fallschirm hat nen Hit. Kein Schild mehr. Der ist runtergefallen. Sniper! Sniper down. Sniper ist down. Rechts von uns ist der. Da hinten, da hinten. Und da, ja, zwei. Einer ist noch hinterm LKW. Ab ihn. Aber der ist nur K.O., Digga. Hinter dem LKW. Ich wirf ne Granate. Werfe eine Granate! Werfe auch Granate! Äh, hinterm Feuerwehrhaus einer. Ist down, ist down. Headshot. Noch einer, noch einer da hinten links. Ja, Hat Hits. Unter Schild, Unter Schild. Ist K.O., tot. Nice, Alter. Digga, wie wir die alle hier wegficken, ey. Das Team ist tot. Was ist los ihr, Alter? Alter. Boah, Bruder, Alter, ey. Wir haben einfach drei Teams zerstört, ne? Nice Aktion. Ja, ihr beide hauptsächlich. Ich hab nicht viel gemacht. Ich hab nur mitgelte. Einen nur gedownt, ey. Und den anderen hab ich grad gemacht. Ich hab auch nur einen gekillt. Aber wir gehen direkt weiter rein in die Zone. Gibt's hier ne Gasmaske zufällig? Ne. Boah, Claymore. Zwei Stück. Und das weiter, ey. Oh, mir sind zu viele Hochhäuser, ey. Geile Scheife, Alter, aber es geht ab hier, ey. Wenn wir noch einen Shop finden, sag Bescheid. Dann hol ich, äh, Munitionskiste und dann hab ich, äh, sieben Schuss Raketenwerfer. Ich kann, ich hab auch noch eine Drohne übrig, Leute, ne? Ne, ich hol mir dann auch gleich noch einen, wenn wir einen Shop haben. Ja, wenn nicht nur 200... Da vorne ist ein Shop. Da vorne ist ein Shop. Der ist auf dem Weg, ey. Äh, ich hab auch einen, ich kann auch noch. Und da sind welche? Da sind welche? Ich mach Drohne. Ich kann auch noch. Oha. Ach du Scheiße. Auto vor uns, Auto vor uns zählt. Ich zählt direkt, angehalten. Keine Ahnung, wo der hin ist. Wahrscheinlich ins Haus. Der ist am Shop, am Shop ist der. Du hast kein Schild mehr, oder? Ich hab auch keine Dinger. Pass auf, das sind sechs Spieler, Digga, ey. Es kommt noch ein Auto von hinten. Und noch ein... Ja, von hinten. Ich hab einen, hab einen. Haben Hits im Auto. Du, nicht krass pushen. Nördox ist Platten. Danke. Einer ist weg. Dann kommst du dir, Velo. Bin hinter dir. Ja. Pass auf, hier direkt hinterm LKW. Zone kommt, ne? Ich komm zu euch. Ja, Zone kommt. Scheiße. Hab noch einen. Alter, was geht jetzt hier ab, Alter? Wir müssen in die Zone. Rechts, 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 rechts. Zone, Zone, Digga, Zone. Ja, Zone. Hab den, hab den. Komm weg, komm weg hier, Digga, weg hier. Hier, neben mir. Hab einen. Ist K.O. Ist tot. War noch ein Team. Ja, hier, bei mir. Hab zwei. Tot. Das war voll Team. Let's go, Alter. Nächstes Team ausradiert. Rechts oben, rechts oben. Hat zwei Hits. Drei Hits. Das Gas verbreitet sich. Schnell in die neue Sicherheitszone. Wir müssen doch hier oben sein, oder? Hat jemand eine Drohne? Nee, ne? Äh, nee. Ich würd gern zum Shop, Alter. Ich bin hier im Haus. Hätte schossen. Außen, außen sind zwei. Ja. Die waren links jetzt von dem Haus. Ja, da. Da. Hat mich gedowned. Komm rein, komm rein. Komm schon. Könnt sein, dass die pushen. Ich linke ab. Nee, 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 nee. Da ist einer. Einer push, einer push. Ist down, ist down, einer ist down. Da wo markiert ist, ist down. Ja, bei uns, hinter uns, hinter uns. Hab ihn. Ist nur K.O. Ist nur einer übrig von denen. Der andere ist auch K.O. Der andere ist auch K.O. Direkt vor uns. Direkt vor mir. Halt ihn. Halt ihn. Alter. Da ist der Norden-Docs. Weiter geht's, Alter. Ich hab keine Muni mehr, Alter. Ich brauch Platten. Ich brauch auch Platten. Ich hab auch keine. Ich hab nur noch eine, Alter. Jungs, Zone, Zone, Zone. Ja, wir müssen gehen. Hab keine Platten, nix, Alter. Ja, eine kann ich fallen lassen. Eine kann ich fallen lassen. Gib die GG. ist ein bisschen wichtiger als ich die zone ist arschweit weg leute müssen komplett durchziehen wir rennen glaube ich genauso schnell wie die zone boah alter, sag ich so, sollen wir versuchen, ob wir wieder unseren platz kriegen ja will ich auch sagen, jetzt genau, ich merke den mal ein kilometer hat das ist bis jetzt die krasseste runde alter voll action wieder beleben, abknallen aber es leben noch 50 leute ich hole schnell platten, ich kaufe platten und eine drohne ja ich kaufe auch platten direkt neben mir schatz da hinten irgendwo und weiter 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 zone jungs sollen wir uns ein fahrzeug nehmen? hinter uns, hinter uns, rennt einfach, die sterbenzone gleich, die sterbenzonen, die sind außerhalb noch rechts, links, rechts, links einfach ausweichen, ne? sollen wir uns ein heli nehmen? komm, wir holen uns ein heli auch bis wir da oben sind alter lass einfach laufen, wir sind gleich da wir sind gleich da, hinter uns noch also neben mir nimm den heli, nimm den heli komm, 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 komm warte, warte, warte rein, digga, rein, rein, rein komm, nimm hin ja, einer ko, der von hinten kam digga, wie leben die noch außerhalb der zone noch mal sicherheitszone das ist der hint bei unserer stelle, leute das wird wieder unsere runde das ist drin, alter, jawoll nice, hast noch zwei kills bekommen, der dog's endes go ja, man zum notfall können wir den heli wieder durchziehen ich hab in die richtung, in die richtung bei denen wieder hier, hier rechts, 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 rechts ja, Titz, ist K.O. jawoll, sauber, Jungs hab ihn sauber, perfekt, alter wollte grad sagen, wo willst denn du hin, alter wollte nachladen, ey hinter uns, hinter uns, hinter uns close, 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 ganz close hab ihn nice let's go, der war alleine, der Wichser, ey nice, man scheiße, was geht so auf ich kann nochmal so ein geiles Ding hier aufstellen, im Moment falls die von hinten kommt ich hab keine Muni mehr, hat noch einer Muni für Maschinengewehr? Sturmgewehr? ja, 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 ich drop, ich drop, warte hier, zwei perfekt da hinten irgendwo wird geballert wo der erste war da hinten irgendwas ja, wir haben den Heli, wir können dann hier wieder direkt ey, wir, alter, ey passt hinten auf High Ground auf und so, die können da am Map ran rumlaufen, ey ja und ich glaub nicht, dass links einer ist, ey ich glaub, aus der Richtung, wo wir mit dem Heli kamen, da dürften jetzt gleich auch noch ich komm, ah, da ist eine High Ground auf jeden Fall hinten sind welche da da sind zwei, drei da ist ein Auto, ein Auto auf der Autobahn da vorne ich hab noch eine Drohne da, da, da kommt ein Auto, Leute sind zwei Leute drin lass Karre kaputt schießen Fahrzeug deaktiviert noch ein Auto daneben noch ein Auto daneben der kriegt Hits, der Typ einer Unterschild zwei, zwei Unterschild ich hab keine Muni mehr ein Tod, ein Tod da kein Schild mehr, kein Schild mehr, der Schild, der rennt oh, noch eine oh, ne, 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 oh, ne wir sind nicht in der Zone wir sind nicht in der Zone wir sind nicht in der Zone ich hol mir Dings, ich hol mir da die Muni bei denen, Alter ich bin full out of ammo, Leute, full out of ammo ich hab nix mehr zum Schießen ich kann dir alles, ich kann dir alles, scheiße, ich hab auch nicht viel warte, ich geb dir Sniper, Sniper, äh, ich hab keine Sniper ich hol dir Muni von denen ab hier, Alter ich hab sie beide weggessen, Alter sollen wir dann auf den Berg hier gehen, ja, ne da kommen die Leute, die Zone kommt jetzt gleich, ne mhm sollen wir den Heli nehmen? ne, eher nicht oder wir gehen auf den Berg Heli, dann sehen wir Alter, ich hab wieder 7 Kills, was ist hier los, Alter hat jemand noch ein bisschen SG Muni jetzt? also Kevin? ja, äh, ich hab, ich hab, komm hier danke zwei Magazinen jetzt da ist Maprand, Leute, ne da kann man langlaufen Alter, zwei Sniper-Kills, äh, mit Vorhalten, Alter hier wird auch mal geschossen da fällt irgendwas runter, da ist ein Gegner hier der ist unter der Eisenmannbrücke da kommt noch zwei runter da da ich bin gesniped worden ich bin gesniped worden oh no ja, ich bin tot fuck ey ich muss zuschauen, kein Gulag wir müssen noch weiter hoch, dir die da gibt's keinen Schussziger oben auf den Berg, oben auf den Berg, Digger ja, snipe den, snipe den Digger und vor euch, Klaus, Klaus, Klaus vor euch fuck ach, scheiße scheiße nein ach, schade mal gucken, wie viel Kills wir geholt haben ich hab acht geholt, Alter ich hab sieben, Alter ich hab auch sieben, glaub'n oh oh 23.000 EP, Junge ja, 8-7-7, ey und Top-Frager und Top-Frager ja, moin jubel, Alter geile Runde, Mann ja, aber jetzt hatten wir Pech, dass der direkt vor uns auf einmal aufgetaucht ist eigentlich und wär die Zone dahinten geblieben, hätten wir nochmal gewonnen es wären zwei hintereinander gewesen bis zum nächsten Mal